Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, Sie haben was gefangen an der Börse. Natürlich heute mal in einem ganz anderen Format. Ich bin beim Angeln hier an der Picknitz, wie Sie sehen, wollte aber trotzdem unbedingt ein Video machen. Deswegen heute mal in einem anderen Format hier mit Angelklamotten und mit Angel auf der Angelsuche nach großen Forellen. So haben wir es ja auch an der Börse. Wir wollen die großen Fische fangen, die große Rendite. Deswegen passt es vielleicht doch als Metapher. Wir wollen heute noch mal die technische Analyse sehen. Ich mache hier gleich nach dem Intro einen kurzen Check, was ist in der Woche passiert, was ist im April passiert. Das haben wir schon gemacht, aber was ist jetzt Anfang Mai passiert. Ein bisschen vergleichen mit historischen Daten. Wir sind ja hier im Sessionalen Kanal. Alles gleich nach dem Intro, diesmal ohne Bild. So wagen wir erstmal einen Blick auf alle Märkte. Also global gesehen den 1.800 und die Unterindize ist Amerika 600, Europa 600 und Asia 600. Alle Marktkapitalisierungsgewichte, das heißt die größten Unternehmen des einzelnen Marktes, werden stärker gewichtet als die anderen. Das muss man mal ein bisschen beobachten. Und auch alles in Euro, das heißt hier sind auch diverse Währungsschwankungen mit drin. Wir sind hier auf ein Jahr. Der Stocks Global 1.800 hat 21,6 Prozent gemacht. Also die guten zwölf Monate, das ist nicht ein Kalenderjahr, sondern die letzten zwölf Monate betrachtet, führen natürlich Amerika 26,6 Prozent. Danach kommt Europa mit 11,61 und Asien mit 9,07 Prozent. Und da sehen wir schon, dass natürlich USA mit den Schwergewichten, mit den größten Unternehmen weltweit auch hier den größten Einfluss auf den globalen Index hat. Ja, wir sehen, das ist ein schöner Aufwärtstrend mit dem Tief hier an Halloween, wie wir das oft sehen, eben, dass wir im Oktober schwache Märkte haben, deswegen ja Halloween-Effekt und deswegen auch die Saisonalität. Wir schauen uns das Ganze mal genauer an am Stocks Global 1.800. Wir sehen hier einmal ganz schön, das ist hier die 200-Tage-Linie. Die geht hier schön langsam nach oben. Und die Kurse des Index sind hier oben. Und den Abstand, den messen wir gleich mal aus. Das sind hier 9,8 Prozent. Das hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Das ist ein Abstand, der ist okay. Viele werden ja nervös, wenn der Abstand mal über 10 oder gar Richtung 15 Prozent geht. Dann verkaufen. Einige Marktteilnehmer sind nicht viele, aber einige haben diese Strategie eben, wenn die 200-Tage-Linie 10 Prozent runter ist oder 12, 15, so diese Richtung hat, dann wird verkauft. Das haben wir nicht, wir sind bei 9,8 Prozent. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier den Jahresstart. Da haben wir auch einen schönen Abstand vom Jahresstart. Auch das können wir mal ausmessen. Das heißt, auf Jahr gesehen auch 9 Prozent plus. Das heißt, die Anleger und gerade die institutionellen Anleger interessiert es, weil ihre Kunden haben praktisch plus gemacht, weit weg von der Nulllinie. Das ist ein gutes Jahr. Und dann kann der Vermögensverwalter oder der Fondsmanager auch mehr Risiko eingehen, also mehr im Aktienmarkt drinbleiben und auch mehr Schwankungen vertragen. Deswegen ist die Linie so wichtig, wenn jetzt die Kunden, die Anleger nach fünf Monaten immer noch keinen Plus haben, dann ist das Risikobudget aufgebraucht oder nicht vorhanden. Und dann sind die Vermögensverwalter auch etwas nervöser. Jetzt ist keiner nervös. Alles gut. Dann haben wir hier eine Unterstützungslinie. Das Tief im April am 19.04. bei 16 Prozent hier. Das heißt, von oben runter, also 4, 5 Prozent, wenn es runtergehen würde am globalen Markt, dann wird es wahrscheinlich gleich rebouncen. Dann kommen Anleger wieder rein, so wie das im April war. Dann haben wir hier einen Top. Das ist ganz interessant bei 21,5 Prozent hier. Das wurde schon mal getestet vor ein paar Tagen, ist aber rebounced. Das heißt, hier haben wir natürlich All-Time-Highs. Da werden dann manche Anleger, sage ich mal, ja, vorsichtig und sagen, na, jetzt haben wir einen All-Time-High. Das bedeutet, alle Anleger sind im Plus. Und das bedeutet auch, dass die Gefahr ist, dass einige Anleger aus dem Markt rausgehen und dieses Plus mitnehmen wollen. Das heißt, diese Linie wurde getestet. Geht der Kurs über diese Linie, über dieses All-Time-High und bildet neue All-Time-High aus, dann heißt es, die Saisonalität ist gebrochen. Denn die saisonalen Effekten würden jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Kurse nach unten gehen. Vielleicht bis zu der Linie, vielleicht auch noch ein bisschen weiter runter. Besonders dann auch im Juni. Saisonal gesehen müsste im Mai und Juni jetzt schlecht sein. Gehen die Kurse aber hier drüber, dann sehen wir, dass die saisonalen Effekte hier schwächer sind. Und das bedeutet, dass man dann eher auf andere Faktoren gucken müsste. Zur Saisonalität habe ich letzte Woche ein Video gemacht. Ich verlinke Ihnen das, damit Sie wissen, wovon ich rede. Wir haben nämlich US-Wahlzyklus und da ist der April, Mai und Juni schwach. Und dann kommt eigentlich eine Rallye. Das heißt, wenn die Kurse hier wieder rebouncen und eher sich hier zwischen diesen zwei Marken bewegen oder sogar unter diese Marke kommen, dann ist das Saisonal ganz typisch. Und dann würde man auch im Aktienmarkt drinbleiben, weil man vermutet, dass die Saisonalität dann eben ab Ende Juni die Märkte nach oben treibt. Das hat was mit dem US-Wahlzyklus zu tun. Schauen Sie sich das Video an. Ich verlinke Ihnen das hier. Dann gucken wir uns das Ganze auch in Europa an. Ah, ich habe noch was vergessen. Kleiner Rückblick hier. Der relative Stärkeindex ist über 50, 59. Das heißt, auch hier Pluszeichen. Also insgesamt kann man sagen, der globale Aktienmarkt ist in einem Aufwärtstrend. Macht jetzt entweder eine Seitwärtsbewegung oder ein paar Rückschritte wieder. Aber an sich ist der Aufwärtstrend technisch gesehen in Ordnung. In Europa sieht es ein bisschen anders aus, aber ähnlich. Wir haben hier die wichtige Marke Jahresstart, sind hier weit weg. Wir haben hier die wichtige Marke 200-Tage-Linie. Wir messen das auch gleich mal aus. Das sind so 200-Tage-Linie. Wir haben einen Abstand von 9,8%. Das sieht sehr ähnlich aus. Dann haben wir den Abstand vom Jahresstart. Der ist etwas kleiner. Der ist bei 8,85%. Aber auch hier sind alle Anleger im Plus. Und alle, sage ich mal, Fondsmanager und Vermögensverwalter sind ganz zufrieden, weil sie ja Ende Juni dann den ersten Bericht schreiben müssen, einen Halbjahresbericht. Und wenn da ein schönes Plus zu berichten ist, dann kommt da Freude auf. Und auch bei uns kommt hier Freude auf. Dann haben wir hier allerdings All-Time-High. Das heißt, das Hoch vom Anfang April ist schon überschritten. Das bedeutet, die Sessionalität in Europa ist nicht typisch für den US-Wahlzyklus. Klar, wir haben ja auch keine Wahl hier. Aber die Amerikaner bestimmen eigentlich mehr den Aktienmarkt. Sie sind ja auch stärker investiert in Europa und Deutschland als die Europäer selber. Oder zumindest als die Deutschen. Insofern ist dieser starke Aufschwung daher, dass die Amerikaner in Europa jetzt gerade investieren. ihre Europa-Exposure nach oben fahren, weil sie positiv sind, was die Wirtschaft angeht und weil sie sehen, dass Europa total unterbewertet ist. Wenn Sie das wissen wollen, warum, verlinke ich Ihnen näher auch das Video zur Fundamentalanalyse. Jeden Monat machen wir das ja. Deswegen unbedingt abonnieren. Amerika ist sehr teuer. Europa ist sehr, sehr günstig. Schauen Sie sich das im Video an. Und hier wird jetzt aufgeholt, wobei da noch viel Aufholpotenzial ist. Europäische Aktien sind immer noch günstig. Aber hier haben amerikanische Formnetger ihre Europa-Exposure vergrößert. Und deswegen sind wir hier schon am All-Time-High. Das heißt, wir haben nach oben keine Linie. Die ist schon durchbrochen. Und nach unten haben wir eine Unterstützungslinie. Wenn es hier ein paar Prozent runtergeht, also 5 Prozent, dann käme sofort eine Unterstützung und die Märkte würden dann hier wieder einkaufen. So sieht es in Europa aus. Also ein bisschen anders. Ist ja auch schlechter gelaufen. Also 11 Prozent ist natürlich eine schöne Rendite. Keine Frage. Die Amerikaner haben aber fast doppelt so viel. Muss man sehen. Dasselbe schauen wir uns jetzt am S&P 500 etwas genauer noch an. Auch hier sehen wir wieder die 200-Tage-Linie weit drüber. Ich denke mal, das sind jetzt auch wieder so um die 9 Prozent. Jawohl. Ja, ein bisschen mehr sind 10 Prozent. Das ist dann schon wieder gefährlich. Nicht, weil es nicht so viele Leute gibt, die mit der 200-Tage-Linie so arbeiten, dass sie bei 10, 15 Prozent aussteigen. Das sind nur wenige. Die haben nicht so einen großen Einfluss. Wir sehen hier eine Unterstützungslinie. Die ist ungefähr 6 Prozent unterhalb dem jetzigen Kurs. Okay, da kriegen wir Unterstützung. Wir sehen auch hier, zum Jahresstart ist einiges passiert. Ja, da haben wir irgendwie 12 Prozent plus. Schauen wir uns das mal an und messen das aus. Ja, 10 Prozent. Auch hier sind alle Anleger im Plus, freuen sich. Und wir haben allerdings diese Marke hier, die ist noch nicht getestet. Das heißt, in den USA haben wir tatsächlich den sessionalen Einfluss, den wir nicht vergessen dürfen. Wir sind im Eiswahlzyklus. Das heißt, hier kann es eher nach unten gehen. Vielleicht an dieser Marke rebouncen, weil es eine Unterstützungslinie ist. Kann aber auch noch drunter gehen. Also sessional gesehen würde man jetzt im Mai und im Juni oder bis Ende Juni rücklaufende Kurse in den USA erwarten und damit auch weltweit. Und dann Juni, Juli, August, September ein starker, steiler Anstieg, bis dann vor der US-Wahl ja ein bisschen Ruhe einkommt und wieder Gewinne mitgenommen werden. Also so ist die Sessionalität und die nächsten Tagen oder Wochen wird hier praktisch bestimmt werden. Kommen wir hier drüber in den USA, dann ist es wie beim globalen Aktienmarkt, dann ist die Sessionalität gebrochen sozusagen. Dann ist der Einfluss kleiner, dann kann man das nicht mehr so erwarten. Hier können wir uns noch anschauen, wie sieht es denn mit den Volumen aus. Wir sehen hier, dass wir leicht steigende Volumen haben oder ein ordentliches Volumen. Das heißt, die Kurse sind gut unterfüttert. Also jetzt der Aufschwung, das ist allerdings hier ein schlechtes Zeichen. Das würde eher davon wieder, sage ich mal, erwarten, dass die Sessionalität greift. Das heißt, dass die Kurse jetzt erst mal nach unten gehen. Wir sehen hier steigende Kurse und fallende Volumen. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Wenn das konträr läuft, dann würde das sich hier wieder auch umdrehen. Also von den Volumen her würde ich erwarten, dass die Kurse tatsächlich runtergehen. Also Volumen und Sessionalität. Hier sehen Sie so ein paar Spikes. Das ist jeweils der Hexensabbat. Das heißt, wenn es rot ist, dann bedeutet es, dass viele, viele Call-Optionen eingelöst werden müssen. Das heißt, viele Marktteilnehmer mussten ihre Optionen oder Termingeschäfte einlehnen und Aktien verkaufen. Während hier im Dezember, das ist auch der Hexensabbat, da findet einfach viel mehr Volumen statt, weil am dritten Freitag im März oder am dritten Freitag im Dezember, das ist der Hexensabbat, vier Stück gibt es im Jahr. Da werden Termingeschäfte und Optionen, also ganz, ganz viele dieser Papiere frei und müssen eingelöst werden, wenn es ein Termingeschäft ist oder können eingelöst werden, wenn es ein Optionsgeschäft ist. Und hier waren eben viele Optionen, Call-Optionen, die frei geworden sind. Das heißt, es mussten Aktien verkauft werden von dem Verkäuferseite und an den Markt gebracht werden. Ja, hier sieht man, das ist so ein Zeichen, dass es eher saisonal sein wird, dass die Kurse demnächst fallen werden. Schauen wir uns aber noch den Angst- und Gierfaktor an. Der bringt uns noch ein bisschen Ausdruck. Ich will nicht in alle Details reingehen. Das haben wir uns ja angeguckt, die technische Seite. Aber was uns interessiert ist, wie sieht es denn mit dem Markt aus? Denn gerade vorher am Oktober war das ja nicht die Marktbreite. Auch bei diesem Aufschwung mit der KI waren es wenige Aktien, die die Indizes nach oben getrieben haben. Aber hier sehen wir, dass dieser Aufschwung jetzt nach dem Tief im April oder nach dem Abschwung im April, dass hier auch das den breiten Markt betrifft. Das heißt, der breite Markt geht mit. Viele, viele Aktien laufen nach oben im Moment, seit dem Tief im April und auch die Volumen, das haben wir uns ja angeguckt, die laufen nach oben. Da das Mittelwerte sind, wird das jetzt hier nach unten gehen, wie wir gesehen haben. Auch die Optionsseite hat sich sehr gut entwickelt. Wir hatten ja im April eben ganz viele, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Jetzt haben wir wieder normales Umfeld. Put-Call-Ratio bei 0,7 oder zwischen 0,7 und 0,8 ist eher so normal. Das bedeutet, wir haben etwas mehr Optimisten als Pessimisten. Die Volatilität ist klar und das hat mich interessiert. Also man könnte zusammenfassen, die technische Seite sieht sehr gut aus. Die Märkte sind in einem positiven Aufwärtstrend mit ab und zu kleinen Korrekturen und die Sessionalität ist jetzt noch in Frage gestellt, wie stark die jetzt sein wird. Das hängt davon ab, wie wir in den nächsten Tagen eben, wie sich die Kurse entwickeln. Gehen die Kurse weiter nach oben und werden die Unterstützungslinien durchstoßen, dann bedeutet das, besonders am S&P 500, dann bedeutet das, dass die Sessionalität nicht so starken Einfluss hat und dass wir hier eben eher anders denken müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schöne Grüße aus dem Angelurlaub und wir angeln weiter nach der Rendite am Aktienmarkt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihr Thomas Hupp Bis bald, Bis bald, Bis bald, Untertitelung des ZDF, 2020